Hier kommen die aktuellen DocCheck-News. Selbstreinigende Schutzkleidung – wird Tagträumerei bald Wirklichkeit? Medizinische Schutzkleidung wie Handschuhe bietet Ärztinnen und Pflegepersonal Sicherheit bei der Arbeit. Allerdings fallen nach dem Gebrauch bei der Entsorgung große Mengen Plastikmüll an, welche das Abwasser verunreinigen können. Eine durchaus verbesserungswürdige Handhabe. Forschende haben nun einen Handschuh entwickelt, der sich selbst und die Oberflächen, die er berührt, dekontaminiert. Die Außenseite des Handschuhs lässt sich innerhalb weniger Sekunden auf über 100 Grad erhitzen, genug, um die allermeisten Bakterien und sogar Viren abzutöten. Im Inneren schützt eine Isolierschicht vor diesen Temperaturen. Wie genau die Handschuhe die Hitze erzeugen, wie es mit dem Prototyp nun weitergeht und noch viele weitere Newsartikel findet ihr hier.